Gravastar hat mir ihre Serious Pro Airboards zugeschickt und ich würde sagen, ich öffne erstmal das Paket. So, hier ist die eigentliche Verpackung und mir persönlich gefällt das Design richtig gut. So, dann öffnen wir hier nochmal eine Folie. Wenn man das Ganze öffnet, sieht man direkt die Kopfhörer und noch eine kleine Kiste. Die schauen wir erstmal kurz an. Enthalten ist eine Bedienungsanleitung, verstellbare Größen für die Kopfhörer, ein USB-C-Ladekabel und was mich richtig überrascht hat, eine Kette für das Charging Case. Gut, dann schauen wir erstmal die Kopfhörer ein bisschen genauer an. Hier auf der Unterseite ist ein Knopf und wenn man den drückt, dann aktiviert sich eine LED-Leiste. Diese hat insgesamt sechs verschiedene Farben mit einem Doppeltipp auf den Knopf, die aktiviert sich dann wieder. Man öffnet das Case, indem man hier seitlich auf den Knopf drückt und so sieht es aus, wenn man die Kopfhörer zum Laden wieder ins Case steckt. Die Kopfhörer haben eine Laufzeit von vier Stunden und Geräuschunterdrückung, was wirklich nice ist. Das Loading Case kann man auch als Flaschenöffner hernehmen. Ich nehme die Kopfhörer schon seit zwei Tagen her und bin wirklich positiv überrascht, denn die Höhen und Tiefen sowie der Bass kommen richtig gut mit den Kopfhörern rüber. Wenn ihr euch die Kopfhörer jetzt auch holen wollt, dann könnt ihr das natürlich gern mit dem Rabattcode LUIS16 machen. Mit dem Code erhaltet ihr 16% Rabatt.